Ich bin Lisa Ludwig, bin 76 Jahre alt und ich habe vor etwa sechs Wochen die Instant-Change-Methode kennengelernt. Und ich möchte jetzt zu Beginn meine Liste an Themen und Zielen Ihnen vorlesen. Ich möchte beschwerdefrei werden und meinen Alltag gut meistern können. Ich möchte Freude am Leben haben und mit meinem Mann das Alter genießen können. Ich möchte gesund sein, Kraft haben, keine Elendigkeit und Schmerzen mehr, die sich nach einer Impfung bei mir sehr verstärkt hatten. Wohlbefinden, einen intakten Bewegungsapparat, keine brennenden Arme und Beine, meine Gelenke, Muskeln, die Wirbelsäule, die Faszien, alles sollte schmerzfrei sein. Ich bräuchte einen klaren Kopf, einen normalen Blutdruck, einen gesunden Herzrhythmus im richtigen Takt. Die Auflösung des Aneurysmas wäre auch gut. Auflösung der Defekte im Gehirn nach meinem Schlaganfall. Gut schlafen möchte ich endlich. Nach dem Termin mit Herrn Dr. von Tönkes hat sich Gott sei Dank alles oder vieles gebessert. Gleich zu Beginn waren alle meine Beschwerden so viel besser, dass es sich wie ein Wunder anfühlte. Fast keine Schmerzen mehr. Ich konnte besser atmen. Diese elende Kraftlosigkeit, die mich seit eineinhalb Jahren jeden Morgen bis in den späten Nachmittag quälten, war fast weg. Ich war voller Freude und Dankbarkeit. Endlich war es wieder möglich, meinen Alltag zu meistern und an den täglichen Arbeiten im Haushalt und Garten dran zu bleiben. Es war einfach richtig gut. Aber leider ist es nicht ganz so geblieben. Es wurde wieder merklich schlechter. Und es geht mir auch jetzt an manchen Tagen gar nicht gut. Deshalb hoffe ich sehr, dass mein Zustand sich bald wieder stabilisiert und es wieder aufwärts geht. Ich mache dafür meine Instant Change Methode zweimal am Tag, die ich mit den folgenden Worten beginne. Ich bitte um die göttliche Unterstützung und die Hilfe von Jesus Christus und dem Heiligen Geist, für die nun folgende Instant Change Methode, in der ich all meine Themen dankbar so formuliere, als ob ich schon vollkommen ganz gesund wäre. Auf jeden Fall hat mich die Wirkung von Instant Change sehr beeindruckt und ich danke Dr. von Tönkes sehr für seine tolle Arbeit und die einfühlsame Führung, mit der sich bei mir sehr vieles zum Guten bewegt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.